Hallo und Willkommen zu meinem Let's Play Minecraft Und ja ihr seht auf meinem Kanal Ich mache auch zur Zeit ein Let's Play Together Mit ein paar Kompels von mir Der gute Pina Mayo hat einen Slider verlassen Traurige Geschichte Ja und ich starte jetzt mit einem kleinen neuen Projekt Mit einem Let's Play Together Let's Play Nennen wir die Welt einfach? Überleben? Ja weiterholt Die Sheets mache ich an Deshalb falls wir ja Server Bug oder sonst irgendwie Junk Bug Also wenn die Welt nicht richtig lädt und ich irgendwie in die Welt falle Dass ich mich wieder rausholen kann Eine Bonustruhe Ja machen wir mal an Weiß ich nicht So und zieht Minus 6 5 7 7 8 2 3 6 Okay Ich würde mal sagen Dann starten wir ganz einfach mal So So Ähm Ja Schneller Ich trink nebenbei auch und Ja Wenn nichts Wenn das niemanden stört Ähm Okay Wir starten in einem Dschungel Biom Das leckt noch ein klein wenig Aber Das ist ja nur weil die Welt sich auflädt Ui 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 Uuuu Das leckt aber richtig übel Uuu 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 Ja Ich würde mal sagen wir starten dann einfach mal jetzt hier Ah Perfekt Äh mit dem Holz Äh mit dem Holz Meins 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 So Äh Ja Mega Ja Wir fangen einfach ganz normal an hier Ähm Das Spiel äh Version Minecraft 1.5.1 Also Ich wollte mit der 1.47 anfangen Aber im Moment ist die bei mir etwas verbuggt Ich weiß auch nicht was das werden sollte bei denen Äh Ja Ich werde auch nicht wieder runter Und äh so wenn ich wieder kann werde ich natürlich wieder runter steigen Ist ja ziemlich klar Ich finde die Version 1.47 einfach viel besser Sie macht einfach Es ist einfach ganz neu äh noch nicht so So neu sagen wir es mal so Ähm Texture Pack ist halt das von Honeyball Ich habe es konvertieren lassen äh von 1.47 auf 1.51 Dass ich äh ja hier halt dann mit Mit den Texturen halt spielen kann Soweit Weil die normalen Standard Texturen Ich hasse sie Und ja Ich denke wir haben erstmal genug Holz gesammelt Also zumindest von Anfang so Das ist eine Werkbank bauen wir uns hier Zack Das ist eine Werkbank bauen wir uns hier Das Steckchen Ja hauen wir jetzt einfach mal eine Werkbank hin Und zack Äh So Äh Das ist eine Axt So und dann die Spitzhacke genau So und mit der Holzaxt Bauen wir uns jetzt jetzt hier Bauen wir uns jetzt hier einfach mal runter Tuck 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 Das geht erst hier ganz schnell Äh Unter da Als erstes sollten wir die Bonus-Truhe suchen. Die wird wohl hoffentlich nicht alt sein. Ich denke, hier werden wir kaum falsche Hand bekommen. Ah, perfekt. So, gucken. Ah, Bonus-Truhe, Bonus-Truhe. Ich hatte sie doch angestellt, oder? Ich weiß sie schon nicht mehr. Scheiße. Oh, 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 oh. Kakaobohnen, Kakaobohnen. Kakaobohnen, die brauchen wir. Was ist das? Eine Sonnenblume, okay. Ich brauche Kakaobohnen. Äh, damit. Höh? Haben die sich jetzt hier reingepackt? Ne, haben sie noch nicht. Sehr, ja, schön. Ah, eine Rose nehmen wir weiter. Brauchen wir zwar nicht, aber... Ja, so sieht das aus. Ja, so... Oh, Schwein, 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 Schwein. Oh, du bist... Oh, du bist... Oh, diese Schwein... Ach, schlag dich tot. Ich will dich nicht haben. Stirb, stirb, stirb. Hey. Bam. Da ist noch ein Schweinchen. Perfekt. Ah, Schweinfleisch. Jeder, meinetre Fleisch brauchen wir. Ja, so sieht das aus. Ja, so sieht das aus. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe nicht vor mein Haus. Ja, auf dich hier durch die Gegend, durch die Luft zu packen. Perfekt. Äh. Äh, ja. Und der Himmel sieht mal sehr genial aus. Ist halt das Texture Pack von der lieben Honeyball. Meine Craft. Und, ja, ich finde, das ist das beste Texture Pack, was es für Minecraft gibt. Und, ja. Da unten ist unsere Bonus-Troo. Jetzt mal schnell da runter. Oh, perfekter Essen. Noch mehr Stöcker. Ich weiß auch nicht, was wir mit so viel Stöcker haben wollen, aber... So. Jetzt gehen wir mal hier, so im Dschungel, Rand entlang. Und schauen mal, ob wir hier auch was Gutes finden, irgendwie. Dass wir hier ein Haus bauen können. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen leise spreche, aber wir schlafen noch alle. Und diese Uhrzeit halt. Und, ja. Ähm, ja, ich werde aber die Aufnahme gleich stoppen, weil der erste Part sollte nur 10 Minuten in etwa gehen. Äh, weil... ...sonst so lange zum Rendern dauert und ich will den ersten Part schnell hochgeladen haben. Ich bin Forscher. Wir bauen unser Haus genau hier. Irgendwo. Schwein. Wir bauen Schwein. Schwein, 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 Schwein. Oh, weg. Schwein, Schwein, Schwein. Patz, 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 in die Fresse. In meine die Fresse. Und da geht es, 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 da geht es. Zu meinen Mods, äh, Mods, die ich habe, Dynamic Lights. Ähm, dann habe ich noch, äh, Forge Mod. Ähm, und das gute alte Opti-Fine. Oh, jetzt haben wir hier sogar nicht richtig viel Holz zusammengekriegt. Ah. Oh. Ups, lach. Ich weiß schon, wie er zum Beispiel ist. Ja, unter mir ist wahrscheinlich eine Höhle oder sowas. Sehr schön. Ja. Oh, leck. Scheiße. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann leider nichts dafür. Äh, leider sag ich schon. Ich kann nichts dafür, tut mir leid. Wir brauchen uns erst mal hier ein kleines Schwertchen. Das ist ein Holzschwert, das wird zu Anfang reichen. Den nehmen wir mal mit. Wir brauchen keine neue machen, um Holz zu verschwinden. So. Und ja. Ich sollte schleunigst mal ein paar Schiffe finden. Ah, schweinig, 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 schweinig. Oh, es lenkt. Aber arg. Ich kann nichts dafür, tut mir leid. Ich hoffe, er zeigt mir das Ganze. Komm her. Ab. Schwein, 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 schwein. Da ist noch ein, schwein. Komm her. Fleisch, wenn wir brauchen. Fleisch, 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 Fleisch. Ich liebe Fleisch. Noch mehr Schweine. Yes. Oink, 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 bababababa. Immer in die Schnauze. Immer in die Schnauze. hier sind auch schon die erste steine perfekt erst irgendwie runtergraben sterb 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 wenn ich jetzt hier gleich irgendwie nicht so schnell schaffe finden dann werde ich mir einfach das ist jetzt schnell kaputt so ein schwein seht mal wie viel glück wir haben seht es euch an ja die schafe töten wir erst in der nächsten folge ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat einfach daumen hoch geben ein abo wäre nett und ja wir sehen uns dann in der nächsten folge